Dann sauber vorbeigegangen. Nächster Wechsel, Olivier Pla, der Franzose. Er hatte gestern schon Pest und steht heute leider schon wieder im Kiesbett. Scheint so, als hätte er eine Dauerkarte für das Kiesbett. Er ist einfach zu weit rausgekommen mit den Hinterrädern im Dreck. Und dann dreht sich das Auto innen rein und steckt auch ganz leicht in die Reifen ein. Aber es ist nichts weiter kaputt.